Herzlich willkommen zur Unterrichtseinheit 4 des Programmierkurs JAWA. In dieser Unterrichtseinheit geht es um Anweisungen und Programme. Konkret werden wir im Hamstermodell sehen, wie man einfache Hamsterprogramme erstellt. Sie werden dann hinterher auch sehen, dass die in dieser Unterrichtseinheit gemachten Ausführungen quasi eins zu eins auf das Erstellen von JAWA-Programmen überführt werden können. Vielen Dank.